Okay. Ähm... Handy, Sim anrufen, klaudern. Äh, der hier? Anrufen. Okay, hier. Äh, er schläft. Er hat sie jetzt extra begrüßt. Na dann komm, tu mal mit Terripschen hier. Zur Neigung. Hand beschnüffeln lassen. Oh, wie süß. Oh, meine Güte, ist das niedlich. Ah, ist das süß. Wie war das? Wie konnte ich das ausblenden? Ah, guckt mal. Ich weiß, ich hab einen Schuss. Oh, wie süß er ist. Oh, voll süß, ey. Leckerchen. Zur Neigung. Für Peri träumen? Süß. Ich träum von Sushi. Hallo? Du sollst hier mit ihm ein bisschen dich beschäftigen. Also, wie schnell tut sie das denn abhandeln? Mal eben, zack, zack, zack. Und fertig? Also, schläft's noch? Ja, genau. Ist klar. Ja, nee, dann ist er klar, ne? Ich mag keine Pflanzen. Ich mag Pflanzen. Komm, hebe jetzt das Kätzchen mal hoch hier. Gott, der ist so süß, der Kater. Äh, umarmen. Na, endlich. Umarmen. Streicheln. So, tut man mit die Tierchen hier umgehen. Schaut uns sehr begeistert mit zwei aus. Oder? Oh. Wie gelangweilt sie ist, ne? Ich mach das alles nur, weil du's mir sagst. Wirklichkeit mag ich... Also, so geht's ja nicht. Okay, dann... Hier absetzen. Dann tu mal weitermachen. Hier mit dem Kochen. Du bist doch auch schon sehr müde. Hier schlafen. So. Schauen wir mal ein bisschen hier zu. Ach, schön. Er geht jetzt hier schlafen. Oh. Äh. Was ist da los? Naja, okay. Ähm, ja, ähm... Bitte isst dein Sandwich. Das wäre auch schön. Die haben noch... Die haben noch... Okay. Sie hat mittlerweile... Das auch. Ich würd sagen, dann... tun wir jetzt noch eben Aussehen ändern und... Outfit planen. Los. Mach das. Gucken wir mal. Wir machen die jetzt richtig flippig, würde ich mal sagen. Habe ich noch Kaffee da? Einen kleinen Schluck. So. Cool. Voll gut, ey. Mit dem süßen Fleck hier. Oh, das ist ja süß. Das ist ja nicht cool. Wollten sie jetzt zwar flippig? Jetzt gucken wir mal. Hm. Was machen wir denn? Oh, das ist so eine Punk-Oma. Das wäre auch mal was, oder? Die Punk-Oma. Oh, wisst ihr was? Das mach ich. Geil. Ja doch, das mach ich. Die Augenbrauen muss ich nur irgendwie anders machen. Sind jetzt nicht ganz so schön. Okay. Wimpern. Bisschen mehr. Die Punk-Oma. Geil. Die Punk-Oma Betty. Warum auch nicht? Okay, Lippenstift. Ähm. Da machen wir. Richtig geil. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber ich mag schwarzen Lippenstift einfach. Ach. Punk kann man ja nicht wirklich sagen, ne? Aber wir machen es jetzt einfach ein bisschen durchgedreht, ne? Also. Vielleicht ist das ein bisschen zu sehr. Ja, ich glaube, das lassen wir. Wird dann doch, glaube ich, ein bisschen zu durchgedreht. So. Pink. Pink kann man machen, oder? Ja, das passt so. Der Mantel ist ja auch so voll Porno-Zuhälter-mäßig, so, ne? Okay. Cool. Ey, ich finde das voll super, ey. Voll die stylische Oma. Irgendwie ist es toll. Voll super. Jetzt kommt wieder die Supermusik, die ihr leider nicht hört. Und ich trinke einen Schluck von meinem Wasser. Ja, Mann. Die geht ab. Also, Alltagskleidung. Dö, 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 dö. Erstmal Hosen hier. So. Dö, 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 dö. Okay, was machen wir? Dö, 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 dö. Also, schauen wir mal, was wir hier anziehen. Der Oma Punk. Okay, nee, der Rock ist zu kurz. Also, es muss ja auch noch geschmackvoll sein, ne? Das ist dann doch zu viel des Guten. Das ist schon wieder, nee. Was tun wir denn? Hm, eine schwere Bar. Oder wir ziehen ja einfach so eine... Ja. Oder? Ich finde, das ist am besten. Weil... Es soll ja auch noch geschmackvoll sein. Finde ich jetzt so. Ich will jetzt nicht so eine... ...schlimme Teenager-Spätwes, die... ...voll schlimm dann rumläuft. Nee, nee. Das wollen wir nicht. Okay. Aber da habe ich schon was im Kopf. Oh Mist, das eine gibt's gar nicht. Oh. Das ist blöd. Geil. Ähm. Nee. Eher nicht. Das ist jetzt blöd, dass es das eine nicht gibt. Dieses mit dem Netz-Dingens. Das finde ich richtig doof. Hm, hm, hm. Das da? So eine Lederjacke und so. Geht doch schon so ein bisschen ab, oder? Ich hatte mir zwar ein anderes Outfit vorgestellt. Aber wenn es nun mal die Sachen dann nicht gibt, dann... Nun ja. Dann kriegt sie jetzt noch geile Dogmatens. Ich hoffe, das haben sie. Ähm. Aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass das hoffentlich nicht altersbegrenzt ist. Wie steht ihr eigentlich zu Dogmatens? Also... Findet ihr die voll scheiße? Oder eher voll? Oder ist euch das egal? Ich persönlich habe welche. Und ich bin total verliebt in meine lieben Dogmatens. Könnt ihr auch nur so halb Spur nehmen? Wissen Sie, warum ich gerade die überlege, anstatt die hier? Weil ich gerade zu faul bin, hier die Farbe anzupassen. Aber es sind auch, glaube ich... Ach, wir nehmen die hier. Ach. Das sollte ich aber auch anpassen. Ach, man, oh. Was sind das überhaupt welche? Nicht wirklich, oder? Hm. Das sind nicht wirklich welche, so... Naja. Ist klar, dass da nicht so ein... 1-2-1-Dinge ist. Gut, dann machen sie halt eben schwarz. War jetzt doch nicht ganz so schrecklich, das Ganze. Es sind... Könnte doch einfach Oma-Schlüpper sein, ne? Also nicht Schlüpper. Slipper. Nee, das ist so nicht. Dann mal vielleicht die Schuhe hier. Aber die gehen ähnlich über die... ...Hose wahrscheinlich. Na? Wie schaut's aus? Na? Hallo? Hmm. Ich weiß, ja nicht. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad... So Chugs vielleicht dann doch eher... Ja, dann doch, liebe schwarze Chucks. Oder? Natürlich mal sagen. Ja. Vielleicht nicht ganz schwarz. Vielleicht ins Grüne. Oder doch schwarz. So passt es. So fände ich das auch ganz schick. So ein Nietenarmbad oder so sparen wir uns. Oder? Ach komm, warum der Geiz? Warum der Geiz? Machen wir doch. Oh, jetzt fährt wieder so ein abnormal lautes Motorrad hier vorbei. Ja, genau das machen wir. Wir machen das nächste Mal, machen wir zwei so SM-Fuzzis, wenn wir auf sowas stehen. Okay. Natürlich jedem das sei, ne? Bei Sims. Sonst nicht. Sonst finde ich das voll schlimm. Nein. Ich reite mich schon wieder in Situationen rein, in die ich nicht reinreiten sollte. Das ist nicht gut, meiner Lieben. Ähm, so ein Nietenhalsband gibt's nicht, oder wie? Schade. Kriegst du sowas? Nee. Nee. Sowas? Hm. Ich weiß ja nicht. Irgendwie hat das was, oder? Irgendwie ist das doch schon mal wieder cool. Das ist, glaub ich, lassend war. Mal schauen, sollen wir dann das auch? Oder einfach nur diese Kreolen? Vielleicht dann lieber so? Oh Gott. Nee. Ja, doch. Das finde ich schon irgendwie... Hat schon was. Oder was haben wir das da? Nee, ist schon wieder eher Oma-mäßig. Das da, das ist super. Ey, ganz ehrlich, ne? Die schaut ein bisschen aus wie Carol. Ha, 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 ha. Ah, Entschuldigung, Jana. Jana schaut bescheidig das gar nicht, aber... Ach, schlimm. Ich bin jetzt so lustig. Okay. Seid ihr, äh, also wenn ihr Walking Dead und so schaut, mögt ihr hier Carol und Daryl? Carol und Daryl und da... Dies. Da, machen wir so coole Socken, die hier rausschauen. Das finde ich super. Dum-dum-disch, 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 dum-dum-disch.